Wespen Autor seltsam kennt sie Die Filmbilder hat der Autor auf den Sunderinseln gedreht. Die echten Wespen, Vespine, sind eine Unterfamilie der Faltenwespen, Vespide, mit weltweit 61 Arten. In Mitteleuropa kommen elf Arten der echten Wespen vor, die bis auf die Hornisse vom Aussehen den Feldwespen, Polystinae, einer anderen Unterfamilie der Faltenwespen, ähneln und deshalb oft mit diesen verwechselt werden. Gelegentlich werden die ebenfalls staatenbildenden Feldwespen auch zu den echten Wespen gerechnet. Die echten Wespen ähneln in ihrem Körperbau den übrigen Faltenwespen, sind aber im Durchschnitt größer. Wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu den Feldwespen und solitären Faltenwespen ist der Bau des Hinterleibs, der bei den echten Wespen direkt hinter der Einschnürung, der, Wespenteile, eine breite Basis, fast so breit wie die Maximalbreite des Hinterleibs, besitzt. Alle Arten zeigen die Wespen typische schwarz-gelbe Warnfarbung. Die echten Wespen sind staatenbildend oder leben sozialparasitisch als sogenannte Kuckuckswespen. Die echten Wespen sind eine relativ artenarme Gruppe, die ursprünglich nur in Europa, Asien und Nordamerika auftraten. Einzelne Arten wurden aber inzwischen auch nach Südamerika und Australien verschleppt. Die Gattungen Vespula und Dolikovespula sind dabei auf die gemäß siegte Zone und die Subtropen beschränkt. Ebenfalls in der gemäßigten Zone vertreten, aber mit einer Reihe von Arten bis nach Südostasien vordringen ist die Gattung Vespa. Ganz auf die Tropen Südostasiens beschränkt sind die drei nachtaktiven, einheitlich-gelb-braun gefärbten Arten der Gattung Provespa. Wespennester bestehen aus einer papierartigen Masse. Ausgangsmaterial für den Nestbau ist morsches, trockenes Holz, das zu Kügelchen zerkaut wird. Die Nester sind stets nach unten hin geöffnet und haben anfangs fünf bis zehn Zellen in meist etwas abgerundeter Wabenform. Je nach Art kann man in, Dunkelhöhlen-Nester, Rote Wespe, Deutsche Wespe und Gemeine Wespe, und solche, die ihre Nester frei in Hacken, Bäumen, auf Dachböden und so weiter aufhängen, unterscheiden. Auch sind die Nester im Endausbau je nach der erreichbaren Volksstärke unterschiedlich groß. So erreichen in Mitteleuropa nur die beiden Arten Deutsche Wespe und Gemeine Wespe Volksstärken von bis zu 7000 Tieren. Die anderen sechs staatenbildenden Arten kommen dagegen nur auf einige hundert Nestinsassen. Eine Unterscheidung der Nester ist auch aufgrund des verwendeten Baumaterials möglich. Alle echten Wespen bauen Papiernester aus Holzfasern. Die Hornisse und die Gemeine Wespe verwenden dabei morsches, verfallenes Holz, z.B. von verrottenten Baumstämmen und Ästen. Ihr Nest ist halbeigefarben. Alle anderen Arten verwenden oberflächlich verwittertes Holz, z.B. Totholz an Bäumen sowie von Weitepfehlen, Holzzäunen etc. im menschlichen Siedlungsbereich. Ihre Nester sind von grauer Farbe. Echte Wespen sind stets staatenbildend, wobei einzelne Arten auch zu einer sozialparasitischen Lebensweise übergegangen sind. Echte Wespen bilden einjährige Nester. Die einen solchen Staat gründende junge Königin legt im Frühjahr jeweils ein Ei in die ersten Zellen des von ihr gebauten neuen Nests. Die Eier werden kurz vor der Eiablage mit Spermin aus einer Samentasche befruchtet, in der sie einen Spermienvorrat aus dem letzten Herbst mit sich trägt. Die sich anschließend entwickeln den Larven werden von ihr mit einem Brei aus zerkauten Insekten gefüttert. Nach der Fütterung geben die Larven einen zuckerhaltigen Flüssigkeitstropfen ab, der wiederum zur Ernährung der Königin dient und für die Larven die einzige Möglichkeit darstellt, Flüssigkeit abzugeben. Erst kurz vor der Verpuppung geben die Larven Kot ab. So wird verhindert, dass es zu Feuernis im Nest durch Verschmutzung mit Ausscheidungen kommt. Durch die von der Königin verströmten Pheromone entwickeln sich aus den Larven keine neuen befruchtungsfähigen Weibchen, sondern nur unfruchtbare Arbeiterinnen. Die zuerst geschlüpften Arbeiterinnen übernehmen anschließend abgesehen vom Eierlegen alle weiteren Arbeiten. Von diesem Zeitpunkt an fliegt die Königin zunehmend weniger aus, bis sie das Nest überhaupt nicht mehr verlässt und sich nur noch mit dem Eierlegen als ihre einzige Staatsvergrößern de- und erhaltene Aufgabe beschäftigt. Der Wespenstaat ist arbeitsteilig organisiert, die Individuen sind entweder mit dem Nestbau, der Zellensäuberung, der Larvenfütterung, der Versorgung der Königin oder der Nahrungsbeschaffung beschäftigt. Die Brutpflege ist so intensiv wie bei den Bienen. Anders als bei diesen gibt es bei den Wespen keinen Schwänzeltanz zur Kommunikation hinsichtlich der Entfernung und Richtung einer möglichen Futterquelle. Durch eine verringerte Ferrum und Abgabe durch die Königin und die verbesserte Versorgung der Larven entwickeln sich aus diesen im Spätsommer oder Herbst fruchtbare Weibchen, die Königinnen der nächsten Generation, die ihrerseits sofort Eier legen. Aus diesen unbefruchteten Eiern entwickeln sich die befruchtungsfähigen Männchen, Drohnen, die nach erfolgter Verpaarung sterben. Zur Vermeidung von Inzucht verlassen auch einige der Männchen das Nest und suchen nach fruchtbaren Weibchen aus anderen Völkern, um sich mit diesen zu verpaaren. Die alte Königin stirbt im Herbst und ihr Wespenstaat löst sich anschließend auf. Bei Kälteeinbruch sterben auch die letzten heimatlos gewordenen Arbeiterinnen des alten Staates. Allein die begatteten Jungköniginnen suchen sich ein geschütztes Versteck. In geeignetem Mikroklima wie beispielsweise morschem Holz, in Hohlräumen, Unterrinden oder Moos überstehen sie dann den Winter schlafend in einer Winterstarre, die Diapause genannt wird. Im nächsten Frühjahr gründet die Jungkönigin dann einen neuen Staat, in dem sie dann wieder mit dem Nestbau an geeigneter Stelle beginnt. Ein altes Nest aus dem Vorjahr wird nie wieder besiedelt, auch aus Gesundheitsgründen, es wird immer neu gebaut. Unter den einheimischen Arten gibt es drei Sozialparasiten, die Kuckucks-Wespen. Die Weibchen dieser Arten dringen in die Nester einer verwandten Art ein, töten die Stammmutter und nehmen deren Stelle ein. Gesteuert durch Pheromone werden die Arbeiterinnen veranlasst, die Nachkommen der Kuckucks-Wespe aufzuziehen. Am Ende des Sommers besteht das Volk dann nur noch aus Weibchen und Männchen der Kuckucks-Wespen-Art. Die Kaste der Arbeiterin gibt es dabei nicht. Die Kuckucks-Wespen-Arten sind sehr gut angepasst und können optisch nur sehr schwer von ihren Wirten unterschieden werden, da es nur geringe Abweichungen der Stirnschildzeichnung gibt. Zur Überwältigung und Lähmung einer möglichen Insektenbeute oder zur Abwehr eines Störenfriedes oder Angreifers benutzen die Wespen ihren Stachel, der anders als bei den Bienen über keine Widerhagen verfügt. Deshalb können sie beliebig oft zustechen und dabei ihr Gift einspritzen. Der Stichreflex ist selbst bei zerteilten oder gerade verendeten Tieren noch vorhanden. Biologen der Universität Nottingham haben im November 2006 berichtet, dass einige Wespen-Arten in der Lage sind, ihre Feinde mit einer aggressiven Chemikalie zu besprühen. Die im Kampf unterliegende Wespe macht die Angreifern dadurch kampfunfähig. Die Art Guniozus Ligneri legt auf Larven ihre Eier ab, dazu macht sie die Larven durch Betäubung einen Tag lang inaktiv. In dieser Zeit werden die Larven durch fremde Wespen gerne gestohlen, was die Wespe durch aggressives Verteidigungsverhalten quittiert. In dem anschließenden regelrechten Zweikampf versucht die Verteidigerin, sich mit dem Sprühen der Chemikalie eine Rückzugsmöglichkeit zu verschaffen, wird vermutet. Ein natürlicher Feind der Wespen und deren Larven ist in Europa der Wespen-Bussard, der beide gerne frisst. Um an das Nest zu kommen, gräbt er oft mit Füßen und Schnabel einen Zugang an einem der Anfluglöcher. Ein weiterer natürlicher Feind der Wespen ist die Schlupfwespe, die ihre Eier in die Larvenkammern der Wespen ablegen und deren Larven dann eine parasitische Lebensweise führen und ihren Wirt, Wespenlarve, bei lebendigem Leibe auffressen.